So, Willkommen zum 25. Let's Play von Crash Bandico 3. Ja, Leute, ich hab's euch gesagt, diese Welt, darauf habe ich mich gefreut. Endlich geht's los, mal sehen, was die Zukunft bringt. Ab jeder. Ja. Con tomorrow. Oder sound tomorrow. Wenn diese Ladezeiten nicht wären, wären wir noch geiler. Mhm. Ach, die Grafiken, die Lämpfe noch geil aus. Oh, Stella. Das war ja... Stella sieht nicht immer so, wie er ist. Ja, die Drohnen haben. Mhm. Ja, jeder macht's. Ich hätte zum Beispiel einen Punkt in der Abenteuerung. Oh, ja, klar. Super, Alter. Da war ein Ding, wenn ich mich nicht richtig besiegen hätte ich können. Outsch, da kommt man da nicht drauf, ah das ist viel spannend, Outsch, Feueratromisiert ey, holen wir an den. Warte, hier sind sie nicht ich glaube, dass ist dieser eine Weg auf hier 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 Ja, am nächsten Mal. Wenn es gut durch den Aufwand hat, ob er jetzt noch was zurückkommt. Boah, das sieht aber auch geil aus. Irgendwann kommt noch die Retro-Heder schon. Ja, klar war, dass er den Kleider ein bisschen zu lange abgibt, gerade. Boah, schon wieder. Gerade ist er drüben, hat er sich aktiviert. Ja. Ja. Okay, wieder. Ja, wieder. Mhm. Oh, der war auch gemein, ja. Und den Splitter drinnen, ja. Hm. Ich habe mich schon mal interessiert, wenn er nur die Unruhe schießt. Ich werde auch den Schlitten schießen. Ich werde auch den Schlitten schießen. mhm wir sind also zu deinem gesteckt hier ist ein deinem Weg ne diesmal nicht so einfach diesmal nicht doch wir schauen nicht in der Fall und der wird natürlich von den Strand nicht getroffen ja aber schon nach oben der kann es sein ja ich hab die Hälfte ja na klar das sahen wie die Flugzeit hab ich aus dem Rohr wieder rausgeholt hm mhm ja mal sehen wir uns im nächsten Mal oh mal gucken ob es zwei Räder oder vier Räder hat ja dann war es das erstmal für das 25 und wir sehen uns dann im 26 und schön dann